Wo geht es heute hin? So, auf dem Plaza fahren wir, oder? Ja, genau. Schauen wir uns das jetzt aus. Die letzten Tage sind echt gut gegangen. Mit dem Feldberg fahren wir und haben gesagt, woher wir das auch mal auskennen. Und da wird es langsam scharf. Die Auffahrt ist so episch. Frisch angezuckert. Wahnsinn. Und die Ruhe ist krass. Jetzt kommen wir sogar ein bisschen die Sonne raus. So schön. Voll. So, da da. Jetzt haben wir ein Stückchen Wetter hier oben schon. Ungefähr zwei Drittel der Strecke. Und jetzt fährt es echt super. Also der Schnee ist richtig in den Griff, weil es ein bisschen wärmer geworden ist. Und geht dahin. Irgendwann habe ich heute im Internet gelesen, dass es der World Fatbike Day ist. Naja. Das ist wahrscheinlich jeden Tag irgendwas, oder? Was sagst du? Ja. Es hat sogar blau vollgestochen. Ich hoffe, dass es rausgeht. Genau. Was steht da? Nadelrutsche. 2.15 Uhr. Genau. Super Sache. Jetzt geht es hier aus. Und da auf geht es jetzt. Es ist echt zu sehr leise. Man hat die Blasehütte. Jetzt kommt es gut aus für Kim, oder? Super. Ja, los. Auf gehts. 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 Musik 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 Musik